Ein neuer Ford K ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue Kleinwagen ist dreitürig und bietet Platz für vier Personen. Der Kleinwagen besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Alufelgen, Klimaanlage, ESP, Servolenkung und vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe des Benziners überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 9.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Ständig 1000 Ford Cube Ständig 1000 Ford auf Lager Ständig 1550 Ford auf Lager St Johannes St sẽ